So, was war der Grund zum Abwürgen? Ich bin einfach in die zweiten gegangen. Okay, also sollte man immer mit dem ersten Gang starten. Ich bin Edda Tekin, bin die Fahrlehrerin von der Fahrschule, arbeite hier, fahre gerne Golf 7 und schule gerne auch auf dem Golf 7. Also das war immer mein Wunsch. Seitdem ich meinen Führerschein, meinen Pkw-Führerschein gemacht habe, war ich für eine kurze Zeit arbeitslos, habe dann eine Annonce in der Zeitung gelesen und habe mich daraufhin gemeldet. Die Fahrlehrerin spielt ja erstmal eine große Rolle, die bringt was bei, ist eine Vorbildfunktion, sollte auch den Fahrschüler in gewissen Situationen beruhigen. Und in den Innenspiegel gucken. Ha, ich? Doch. Habe ich? Innenspiegel. Da? Ja, einen Ticken vorher. Blinken, ne? Spiegel, Schulterblick, das muss kommen, das hast du öfters nicht gemacht. Nächste Straße rechts abbiegen. Ich bin so ein schwarzer Schmetterling. Ich habe so einen schwarzen Humor. Ich sehe zwar streng aus, aber bin eigentlich in gewissen Situationen lockerer als man denkt. Hier ist Schrittgeschwindigkeit. Das musst du wissen. Mein Glauben spielt eine große Rolle und ich versuche das auch in meinem Beruf zu praktizieren. Also dass ich dann halt die Gebete, die wir dann fünfmal am Tag machen, auch in meinen Pausenzeiten versuche mit einzubauen. Doch, es gibt Momente, wo der eine mal zweimal dahin guckt, eventuell auf die Fehler von mir achtet. Aber ich versuche das zu unterbinden und versuche das dann durch meine Leistung zu kaschieren. Weil die anderen haben nicht unbedingt daran geglaubt, dass man das praktizieren kann und dass ich das auch schaffe. Also egal was man isst, wo man isst, wie man isst, man kann immer jedes Mal zurückkommen. Die Türen sind nicht verschlossen. 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 Die Türen sind nicht verschlossen.